Musik Herzlich willkommen liebe Titaniker zu einer neuen Folge von der Titan. Oftmals erscheinen uns Bilder aus der Vergangenheit nicht greifbar. Ganz einfach deswegen, weil sie schwarz-weiß sind. Deshalb möchte ich euch heute ein paar nachbearbeitete Bilder der Titanic schicken, die vor einigen Jahren kolorisiert wurden. Dadurch bekommen wir ein besseres Bild des Luxusdampfers und können uns vielleicht die Tragödie ein wenig besser vorstellen. Es ist klar, dass es nicht allzu viel Material gibt, aber einige schöne Bilder spuckt Google dann doch aus. Deswegen gibt es heute eine kurze Slideshow. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal besucht und euch die wenigen Videos, die es bisher gibt, außer diesem ist es nur eins, zu Gemüte führt. Auf Dead Titan beschäftigen wir uns mit Hintergründen und Storys rund um die RMS Titanic. Viel Spaß dabei wünscht euch euer Sonny. Storys rund um die RMS Titanic. Viel Spaß dabei wünscht euch! Storys rund um die RMS Titanic. Storys rund um die RMS Titanic. Jungs blogge ist auch nur sagts undspannend. environ etwas glovensinn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020